Bist du weg? Jo, was geht euch? Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Outlast. Ist schon wieder eine Weile her, als ich hoch gelandet habe. Was heißt eine Weile? Es ging einigermaßen, das weiß ich so lange her, aber ich hatte jetzt auch noch ein paar andere Projekte, die erst mal kommen mussten, Pixelmon etc., am Freitag wieder 1-1, das Ganze geschneit, aber darum geht es in dieser Folge gar nicht. In dieser Folge geht es, dass wir hier in der letzten Folge hier waren und jetzt raus wollten. Leck gerade noch, ziemlich. Da ist ein Schlüssel, den brauchen wir wahrscheinlich. Eine Battery. Noch? Alter! Alter! Wir haben hier bei Häufe Batterien. Da ist der War Rider! Alter! Irgendwas passiert hier gleich. Ich habe so Angst, Alter! Nein! Ich bin weg hier! Wo geht es hier weiter? Hier wahrscheinlich. Schließ auf! Hallo! Ist es hier was? Ich bin weg. Oh! Ich will hier nicht zusammen! Oh Oh Leute Da war der War Rider Gott steh mir bei Ich glaub ich hab den War Rider gesehen Oh ne Warum Ich bin hier weg Reil auf Hier ist ein Leiter Oh Gott Leute Alter Scheiß Gewitter Das Spiel wird immer kranker Alter Meinst du das mal zu Ende Ah Oh ne da kommt noch Outlast Wirst du blau Na danke Leute Vielen Dank Oh Gott Müssen wir anscheinend hier lang oder Müssen wir jetzt da rüber oder hier runter Ne von nun kommen wir ja ne Springen wir hier rüber Ich bin der Superjumpot HD hier Und jetzt anscheinend hier über die Kante Ja Okay Leute Ja ich hoffe dass wir Seht ihr euch überhaupt Ich hoffe dass wir diese Folge auf jeden Fall Viel erreichen werden Spring Nein Bin ich jetzt Scheiße wo bin ich Da oben geht rein Alles klar Irgendwas passiert Irgendwas passiert Jetzt wieder Halt auf zu lecken Das ist meine Batterie nach Immer wenn ich speichert Leckt das tierisch Muss hier raus Ich will auch hier raus Wo müssen wir denn jetzt Kann sein Geist Ach du Scheiße Weg hier Ah Hallo Ah Ich will nix von ihnen Ich will ihnen nix tun Ich hab nix getan Das glaube ich für ne Scheiße Äh Scheiße wo geht's hier weiter Leute Ich hab so Angst Es ist Dunkel Ist ja Irgendwie rüber Äh hier geht ne Treppe runter Toll ich's zu Ja so klar Da liegt ne Batterie Ne Das sind Regentropfen Deswegen auch die ganzen Batterien Leute Weil wir eh nicht weiterkommen So wie's aussieht Müssen wir doch da oben lang Ich glaube wir müssen doch da oben weiter Ja wir müssen wir in den Zaun da springen Oh toll Leute Sagt mir das doch gleich Ne müssen wir doch nicht Hä Ja doch Na klar Ne Aber hier kommen wir nicht mehr weg Oder müssen wir wieder hier runter Ich weiß es nicht Batterie ist nämlich Gleich wieder leer Kann ich wieder aufs Dach Nö Aufs Dach kann ich nicht Hier geht's nicht weiter Und wahrscheinlich auch nicht Ne Sollte das Netz hier nicht sein Wir müssen hier hoch Ist logisch dass wir hoch müssen Ne Aber wo geht's jetzt hier weiter Junge Meine Batterien sind bald leer Ich will jetzt hier auch nicht Unnötig irgendwie Jetzt hab ich noch ne Batterie nachgeladen Nicht dumm Bots Jetzt haben wir noch eine Ey das wollte ich nicht Hab die falsche Taste gedrückt Jetzt haben wir noch eine Batterie Super Dann seh ich gar nichts mehr Wir müssen da rüber Und sonst ist doch der Zaun hier nicht Und da oben diese Plattform nicht Wie kommen wir da jetzt wieder hin Ich weiß wie Ne da können wir nicht rüber springen Scheiße Wir müssen doch irgendwo lang Ach hier Ach ja Okay Perfekt Sind drüben Oh nein Speichert Ich hör den Fetten Da hinten ist er Dann ist der Fette Ich renne jetzt Wo schlank Wenn ich wo schlank muss Wenn ich wo schlank muss Hä Wir müssen da hoch Okay perfekt Ihr kommt erst mal nicht hinterher Okay Leute Ja Wollen wir gerade konzentrieren Ich hab nicht so viel Ähm Geredet Übrigens ich freue mich sehr auf Den 24 Stunden live streamen Ähm Heute kommt noch ein Vlog auf meinem Vlog Kanal Schaut bitte da auch vorbei Wird heute wieder mal ein Vlog kommen Entschuldigung Dass lange keiner mehr kam Aber ich war halt hier Ganz schön beschäftigt Und ja Aber heute Wird wieder ein Vlog kommen Müssen wir jetzt hier runter Wahrscheinlich Schleit erstmal nochmal schnell nach Also heute wieder ein Vlog Und heute kommt noch auf den Gaming Kanal Noch ein Video Ist nicht nur Outlast Heute kommt noch ein Infovideo Was aber nicht so spannend ist Hallo Batterie Sagte er tut mir was Danke Müssen wir jetzt lang Ich seh Gar nichts Ich seh wirklich überhaupt nichts Hä? Hier nicht Ach Ach dahinter Das Spiel hängt Oh Herzinfarkt Auszeit Alter Leute Das könnt ihr nicht mehr machen Wie soll ich denn das Ankerautos Nur überleben Heilige Scheiß Junge 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 Kommt der da einfach um die Ecke Einfach gnadenlos Nichts ahnt Alter Wer soll denn das wissen Alter Hör auf zu lecken jetzt bitte mal Okay Hier sind wir jetzt Hier geht's weiter Hör auf zu lecken Ich will das jetzt hier unten Ich spiele man Ich hoffe auch das Wissblower wird nicht so lecky sein Wir haben eine Notiz So viel Blut im Wasser Ich kann es riechen Als hätte ich Wie im Kindergarten Ein Penny in den Mund gesteckt Das Wissblower gibt mir Sinn Ich hatte aus Ich halte Ausschau nach Atmosphärischen Störungen Es ist wie ein Jucken Ja wenn es wie ein Jucken ist Dann läuft es bei dir Ist das ekelhaft Das sind Frauen Ich glaube das sind Frauen Ich glaube da müssen wir hin Das sind Frauen Leute Das soll außerhalb des Frauen sind oder so Bitte jetzt nicht der Fette Ich weiß wo wir sind Ne weiß ich doch nicht Oder weiss ich das Ja weiss ich Glaube ich Ja da ging es nach draußen Ja doch nicht Ach was weiss ich Wir müssen jetzt hier weiter Da um ist ein Licht Vater Martin Sie haben einen Warrior gesehen oder Sie verstehen es langsam Aber noch nicht ganz Selbst Abraham musste Einblick zu Boden senken Aber bald bald schon Hier entlang Die Offenbarung ist nah Ja warte doch mal auf mich Renn dich doch mal vor Benutze die oberen Stockwerke Um zu Vater Martin zu gelangen Na super Ach nö Langsam hab ich echt Keen Bock mehr Leute Was ich mir hier antue Oder Noch ne Badache Hilf die auf Leute jetzt mal ans Haft Es ist nicht mehr normal Was ich hier mach Alter hat jemand Gegen die Tür Ich hab ihn überschrocken Gerade Dann war der Fette Glaube ich Oh nein Da ist der Fette Er nervt uns immer noch Und so langsam hab ich Keen Bock mehr Ey was ist das denn Das Geräusch in der Maschine Ist wie das Geräusch In meinem Kopf Wenn der War Rider erscheint Ich blinzele Und sehe Atmosphärische Störungen Etwas anderes Etwas Glattes Und Dunkles Ist hinter meinen Augenliden Auftaucht Mich mit Organen Anstarrt Die ich mir nie hätte Vorstellen können Aber das Geräusch Stammt auch aus der Maschine Es kommt von hinter der Wand Ich kenne es Okay Ich kenne es nicht Ich will es auch nicht kennen Ehrlich gesagt Hör auf zu lecken Mann Was ist das? Hier Tür zu Und die haben wir noch eine Batterie Perfekt Ja und hier in diesem Raum In dieser kleinen Ecke Ich werde mich jetzt hier verschanzen Und auch diesen Part Beenden Leute Ja also wie gesagt War jetzt wieder cool Wir sind schon wieder etwas weiter gekommen Ich denke mal Dass wir schon ziemlich nah dran sind Wenn das sagt Wir haben es fast geschafft Also wenn ich jetzt so grob schätze Würde denke ich noch Drei vier Parts Dann haben wir das Ganze auch geschafft Outlast Und dann kommt natürlich Auch das Wüsteblauer Gleich hinterher Und dann haben wir die komplette Outlast Sage erstmal Let's Play Freut mich also wie gesagt Schaut dann hier auf meinen Gaming Kanal Dann so Nach um sechs nochmal vorbei Da wird dann hier nochmals Info widerscheinen Dass ich Captive abbreche Warum Wie Was Wo Seht alles dann in dem Video Schaut auf meinem Johnny Vlog Kanal Da wird nach um sechs Auch was darauf kommen Auch ein Vlog Und ja Leute Ich würde sagen Wenn es gefallen hat Sehen wir uns dann morgen Bei den Serious Videos Lass den Bogen Und abonniert meinen Kanal Schaut unten in die Beschreibung Da geht es zu Instagram Twitter Zu der Fanpage Alles mögliche Und bis zum nächsten Mal Ich bin der Rottwein Ciao Euer cdv Das ist keine Schande Sprechen Sie mit Ihrem Vogelsetz Den Hilfen von einem Jörg Und er hört es gerade zu erhalten Okay Das ist nichts weiter anscheinend Wir durch müssen wir Alter ne Wenn der Fettmanns wieder kommt Das finde ich dann total scheiße Kannst du auch mal ihn ruhen lassen Naigle